Ihr habt es durchgezogen. Ein Megastart ins neue Jahr. Wir wiederholen nun die beiden Testübungen vom ersten Tag, um zu sehen, wie wir uns verbessert haben. Ich freue mich auf eure Vorher-Nachher-Bilder und bin total gespannt auf eure Storys. Um zu überprüfen, wie deine Oberkörper- und Schulterbeweglichkeit ist, setze dich im Schneidersitz ganz gerade an eine Wand. Dein unterer Rücken, Gesäß hat Kontakt zur Wand. Nehme nun ein langes Signal zwischen deine Hände und strecke die Arme nach vorne. Aus der Position hebe die Arme über Kopf und platziere das Signal an der Wand. Schiebe nun deine Hände langsam Richtung Wand. Behalte die Hände am Lineal und schaue, bis zu welcher Zentimeterzahl du vorrutschst. Wir überprüfen, wie es um die Beweglichkeit deiner Beinrückseite und deiner hinteren Muskelkette steht. Setze dich dafür aufrecht 20 cm vor eine Wand. Deine Beine sind durchgestreckt, Füße sind Knöchel an Knöchel, entsprechend geschlossen. Nimm wieder das Lineal zwischen den Händen. Nun den Oberkörper langsam nach vorne beugen, bis das Lineal wieder an der Wand ansteht, die Wand berührt und rutsche dann mit deinen Händen wieder so weit nach vorne, wie du kommst und notiere am Lineal, wie weit du es geschafft hast.